Okay, den kann ich da rein machen, aber was für'n... Da muss ich ja auch nochmal einen blocken. Ich hoffe einfach mal, dass ich da oben noch einen Stein kriege. Alles, geh schon hoch. Nein, geh hoch! Oh nein, nicht der! Sehr schön, jetzt hängt er fest. Huch! Okay, das war nicht geplant. Ich hab... Alter, den ist mein Gesternvertake. Nein, ich dachte... Ich hab mich halt original einfach selbst dahin katapultiert. Das rollt da rein. Sehr schön. Äh... Ah, jetzt! Jetzt hat... Jetzt hat... So... Oh mein Gott! Ich verwechsel die ganze Zeit die Tasten. Das ist hier grad was passiert. Das ist grad so'n Kampf gegen den Controller bei mir. Der Kampf gegen den Controller. Ich weiß nicht, welche Tasten ich drücken soll. Ich weiß nicht, welche Tasten ich drücken soll. So, jetzt aber! Nein, nicht Sicherung... Das ist sicher... Egal. Ah, okay. Jetzt kann ich mir den Stein... da hinten packen. Aha! Aha! Okay! Das war cool. Und jetzt ist der Bereich auf einmal sicher. Alles gut. Warte mal, geht's da... Ach, das war... Ah! Das ist die Stelle. Okay. Und jetzt kann ich hier mit dem Haupt... Luftstrom quasi weiter hoch. Aha! Ah! Cheeky! So, aber vor der Stelle hab ich schon wieder Angst. Nein! Das war falsch. Aber Gott sei Dank hab ich gespeichert. Nein. Nein, nein, nein. Ich will den ersten... den Sprung dadurch will ich schaffen, ohne dass ich... getroffen werde. So nämlich. Nein! Ach, egal. Komm. Ich versuch's einfach. Nein. Nein! Das war zu viel Energie... Auf jeden Fall... ...hab ich gerade gesehen... ...hol ich mir die beiden hier rechts zuerst. Nein! 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 Oh Mann, ey. Was musst du schaffen sein? Okay, sehr schön, den habe ich Okay, geschafft Also, so, halb Ich muss noch zurückkommen Speichern Okay, hier sammelt sich der Strom wieder Das heißt, den muss ich dann von oben wieder kaputt machen Habe ich gespeichert? Ja, habe ich Schon falsch Das war nur kurz ein Sicherheitscheck Ob ich die beiden da rechts immer noch habe Mann, gibt's da nicht So Da, leck mich doch Warte, weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Weißt du? Das weiß der, ne? Ich dachte, von der anderen Seite geht's leichter Aber irgendwie nicht so Was war das? Das ist vielleicht so komische Lichtenergie, ne? Links oder rechts? Ach, nach oben geht gar nicht Das sieht so aus wie so eine Wand, wo man durch kann, ja Ich trau mich irgendwie nicht so recht Okay Yo, speichern Okay So, dann geht's hier weiter So, ich habe immer noch vier Stück übrig Woher kommt das? So, dann habe ich noch mal den erledigt Die mach ich mal so weg Warte, bis die alle explodiert sind So Na, die kommt ja wie gerufen Ach, da waren ja sowieso diese Dinger hier Und wir kriegen eine Fähigkeit Dieser Geist Ein weiteres Opfer für Nibel Nier stieg hoch in die Lüfte Sie glitt durch den Himmel Ihre Welt erschien grenzenlos Bis schließlich der Wald erblindete Licht absorbieren Die letzte Fähigkeit Du hast den Supersprung erlernt Um diese Fähigkeit zu benutzen Musst du LT gedrückt halten Bis der Sprung vollständig aufgeladen ist Drücke deinen Arm besonders hoch In die Luft zu springen Aha, cool Pam Ah, ich mach das nochmal Halte Boah I like die Fähigkeit Äh, ich will hoch Warum will ich hoch? Ich muss auch gar nichts Boah, der Soundtrack gefällt mir gerade richtig gut Oh nein, 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 nein Nein, 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 nein Speichern So, das heißt Wir haben jetzt alles von da, da, da Alles gesammelt Alles gesammelt So, jetzt brauchen wir im Grunde genommen Nur noch hoch Wir brauchen nur noch hoch Die Fähigkeit gefällt mir Gefällt mir richtig gut Gefällt mir richtig gut Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall springe ich jetzt da dran. Und dann springe ich dagegen. Hör! Spielgefeichert. Errungenschaft freigeschaltet. Abgesichert. Wofür standiere ich es nochmal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich keine neue Fähigkeit erlernen, weil ich immer noch keine Punkte habe. Oh Gott, ich sollte mal echt noch mehr auf diese Punkte spielen. Hm, ich probiere es mal so. Ja, klappt. So, dann gucke ich mal weiter runter. Huch. Das war keine Absicht. Okay, hier. Ham, durch. So, sorry. Da wurde ich ganz kurz unterbrochen. Von Mama LP. Höh. So. So, und dann gehen wir jetzt mal wieder vorsichtig hier runter. Ham. Reicht sogar. Reicht halt echt. So. Dann. Oh. Das war nicht genug. Komm, ich mach das so. So. Ging ja auch. So. So, ganz an den Rand. Hochspringen. Da drüber. Und speichern. So, hier muss ich jetzt wieder diesen Stream befreien. Okay. Dann geht es jetzt hier weiter hoch. So, hier sind wir schon fast da. Na, das ist ja formidabel. Oh, das wird ganz ruhig. 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 Oh, ich sehe nichts mehr. Hallöchen. So war's. Okay, da kommen wir nicht lang. Oh. Voll der gute Screenshot für das... Für Sunday. Hallö. Der Huro. Kein Wunder, dass Kuro diesen Ort meidet. Der Sonnenstein lässt noch immer das Licht erstrahlen, das sie so fürchtet. Du hast den Sonnenstein gefunden. Errungenschaft freigeschaltet. Der Gipfel der Welt. Und mit dieser legendären Rune bekommst du Zugang zum Horu-Berg. Sehr schön. Ah ja, ein kleiner Abschnitt geschafft. Und eine kleine Sequenz. Ich bin schon still. Ich bin schon wieder neuer. Ja. Oh, cool, man. In der Flur und der Ruhe war ich da. Mit Hilfe des Sonnensteins können wir jetzt die Tore des Hurobergs passieren. Aber spürst du das Beben und Donnern der Erde? Der Huroberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und jetzt können wir da rein. Aber da muss ich jetzt erstmal wieder hin. Neues Ziel, finde den Huroberg und stelle ihn wieder her. Das heißt, ich muss den ganzen Quatsch jetzt wieder runter? Okay. Sehr schön. Nichts lieber als das. Weeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr! Wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht! Oh man Ganz vorsichtig Okay, kann ich landen Ganz vorsichtig Jetzt bin ich wieder hier Ah warte 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 Die nehme ich mal mit So, dann habe ich nämlich einen mehr zum speichern So Bin ich schon mal ein bisschen richtig gegangen? Naja, fast Äh Gottes Willen Das heißt, ich muss hier noch weiter runter Ja, ich muss hier ganz runter Ja, hier Da an die Stelle erinnere ich mich noch Hier war diese blöde Affe Ich bin ganz vorsichtig Neeeeeeeee Hehehe Das sah lustig aus Hier? Nein, runter Immer schön runter Ah, egal. Ich werde nur noch da. Ja, hier nach rechts ist auch in Ordnung. So natürlich nicht! Jo, gehen wir schon weiter. Ja, runter. Ach, das...ja ok. Hier ist der Weltenbaum. Ja. Lange Speicher-Inventionen vor der Wind. Nein, 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 weg. Ähm... Ja, runter rechts. Dann nochmal runter. Jo, kommt hin. So, Energie ist wieder hergestellt. Jo, runter. Und rechts. So, was Wasser. Du schwingst zu doll. Das war, glaub ich, Giftwasser oder so. So. So, noch ein Part geschafft. So. 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 So.